Hey Skat-Freunde, herzlich willkommen und jawohl, es wird mal wieder allerhöchste Zeit für ein Skat-Rätsel-Video. Nachricht ist angekommen und auch der Wunsch von einigen von euch, dass ich die Analysefunktion mal etwas genauer erkläre. Bevor ihr also an einem Rätsel verzweifelt, habt ihr hier ein Werkzeug, mit dem ihr selber zur Lösung kommen könnt. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns dann im Anschluss auch noch an, aber wir starten erstmal mit dem Rätsel der letzten Woche. 207 scheucht den Sensenmann vom Hof, ein Rätsel der höchsten Schwierigkeit, denn da kann sicher einiges schief gehen. Ich denke und hoffe auch, dass ihr lange dran geknobelt habt. Was ist hier also Phase? Ihr habt drei Buben in der Hand und sagt natürlich 18. In diesem Rätselkontext bekommt ihr sogar schon die Information, dass ihr gegen vier Trümpfe spielt. Die hättet ihr natürlich mit verdeckten Karten noch nicht und deswegen tun wir mal auch so, als hätten wir die noch nicht. Die Findung ist relativ mies, trotzdem ist das Blatt sicher stark genug, um standardmäßig 20 Augen zu drücken. Wenn Trumpf 3 zu 2 ständet, dann bekämet ihr ja durch Ziehen der beiden dunklen Buben immer mindestens Trumpf Ass und Zehn, vielleicht sogar schon Herzbube und könntet dann mit Karo Buben auch den zweiten Trumpf vollen einsammeln. Ja und der fünfte Volle könnte etwas Pik Ass sein, was ihr stecht, könnte das Kreuz Ass sein, wenn da geschnippelt wird, könnte die Karo Zehn sein, die euch hochgespielt wird. Also es gibt sicher ganz viele Möglichkeiten, wie dieses Blatt, obwohl es jetzt in der Beikarte recht schlecht aussieht, trotzdem auf fünf Volle und auf ein Gewinn kommt. Also noch kein Grund hier mit einer blanken Zehn oder mit der bestellten Kreuz Zehn zu operieren. Ganz normal 20 drücken Herz spielen. Im Aufschlag liegt Pik 7 und das ist sicher eine Karte, die sehr häufig gespielt wird. Vorhand öffnet einfach eine kleine Karte aus einer langen Farbe, werdet ihr am echten Tisch auch oft sehen. Macht natürlich in diesem Moment erstmal den Eindruck, nicht so günstig, ich bin aufgeflogen. Stechfarbe schon gefunden, ich kriege auch nicht das Pik Ass. Es gäbe also durchaus Karten, die ihr hier lieber gesehen hättet. Und natürlich kann man auch jetzt mal auf die Idee kommen abzuwerfen. Man kann sogar auf die Idee kommen, hier wirklich noch zu blöffen, die Karo 7. Aber tatsächlich, wer hier abwirft, der verliert. Und tatsächlich ist es sogar so, dass die Pik 7 euch die Chance gibt, das Spiel gegen diese Verteilung zu gewinnen. Richtigen Vortrag vorausgesetzt. Und der richtige Vortrag bedeutet, ihr müsst hier stechen. Gegen eine ungünstige Trumpfverteilung ist es häufig sehr wichtig, dass ihr selber in den Trumpfgleichstand kommt, um am Ende eine Trumpfgabel aufbauen zu können. Das ist halt jetzt schon sehr weit voraus gedacht und gerechnet. Aber die Erfahrung sagt, dass das sehr gut funktioniert. Und auch dieses Rätsel zeigt, dass das funktioniert. Und dafür ist es eben nötig, die Chance zu ergreifen, euch in Trumpf zu kürzen. Und den zweiten Fehler, den ihr hier machen könntet, neben Abwerfen wäre, schon mit dem König zu stechen. Der ist in der Konstellation mit den drei Buben häufig auch das Zünglein an der Waage. Wenn die Trümpfe ungünstig stehen, also 4 zu 1 etwa, dann kann der hinten raus eine Kraft entfalten, die auch den Unterschied zwischen Sieg oder Niederlage ausmacht. Deswegen einstechen mit der Lusche ist hier die richtige Aktion. So, jetzt zieht ihr sicher erst mal einen Trumpf. Und da werde ich manchmal auch gefragt, Daniel, du ziehst so häufig mit Kreuz- und Pikbuben erst den Kreuzbuben. Wäre es nicht besser, mit dem Pikbuben zu starten, um den Gegnern halt diese Information noch nicht zu geben, um sie ein bisschen zu blöffen, damit sie vielleicht gleich einen Vollen drauflegen. Ja, kann natürlich sein, dass es Konstellationen gibt, wo das auch entscheidend ist und gut ist. Ich mache das auch nicht immer so, aber gerade in dieser Konstellation finde ich es super wichtig, mit dem Kreuzbuben zu starten. Denn der Bluff der Gegner, der funktioniert in dem Sinne nicht. Wenn Trumpf 3-2 steht, dann werden die ihren einen Trumpfstich machen, typisch also mit dem Herzbuben. Also wenn der Herzbube zu dritt steht. Oder es bringt überhaupt nichts. Aber wenn dann Trumpf mal nicht so gut steht, dann kannst du gerade durchspielendes Kreuzbuben eine extra Information bekommen, die du sonst nicht hättest. Nämlich in dem Fall haben wir hier das Glück, dass das Trumpfass blank ist beim Spieler links. Und wenn ich jetzt den Pikbuben gezogen hätte, dann hätte ich diese Information nicht. Der würde fast aus jeder Verteilung, wo das Trumpfass zu zweit steht, würde er das Trumpfass legen. Jetzt allerdings haben wir eigentlich zu 99% Sicherheit, dass rechts die vier Trümpfe hat. Einzige Restvariante wäre, dass links mit Trumpfass und Zehn uns hier blöffen wollte. Aber auch das ist ein zweifelhafter Zug. Und das ist sehr wichtig, denn dadurch ändern wir natürlich komplett unseren Spielvortrag. Jetzt wissen wir, dass wir gegen vier Trümpfe spielen. Und dann ziehen wir eben gar nicht mehr Trumpf, sondern wechseln auf die Fehlfarbe. Und wir versuchen jetzt auch gar nicht erst, uns diese Karo 10 zu etablieren. Das ist ein Experiment, was typischerweise gegen vier Trumpfen mal erst recht nicht aufgeht. Sondern wir wollen die Chance nutzen, uns eine weitere blanke Farbe zu schaffen, wo wir eben noch den einen Trumpf, den wir noch mehr haben als der Spieler rechts, auch noch verstechen können. Also Kreuzdame. Am echten Tisch hast du sicher auch die Chance, dass links jetzt nochmal schnippelt. Das passiert hier nicht. Die Engine spielt natürlich optimale Züge. Und dann liegt hier plötzlich ein Stich, wo du so denkst, hey, das ist ja super cool, Karo Ass und König. Da wird dir die ganze Batterie hier hochgespielt. Aber hier ist natürlich eine Falle drin, wenn du wie zehntausende Spieler, sag ich jetzt mal hier, die Karo 7 legst, dann haben die Gegner schon 29 Augen und werden im Spielverlauf einfach typischerweise Karo 10 mit der Trumpf 10 einsammeln auf 49 und dann noch Herz Bube mit dem Pik Ass den Sack zumachen. Das heißt, um diese relativ leichte Mathematik zu umgehen, musst du hier den Zauberzug bringen und die Karo Dame opfern. Und das ist natürlich wirklich ein Stück weit perfide und führt jetzt auch dazu, dass die Gegner hier in dem Fall direkt anders spielen. Wenn du die 7 gelegt hättest, wäre nicht Karo hinterher gekommen, sondern Kreuz. So kommt Karo hinterher, weil die Engine eben ausrechnet, ja, du bist nicht auf diesen Trick reingefallen. Du stehst so oder so weiter auf 63 und im Endeffekt versucht sie dir hier die nächste Falle zu stellen. Wenn du jetzt nämlich die Karo 8 tauchst, dann geht es wieder genauso weiter wie eben beschrieben. Karo hinterher, gestochen Karo 10 und danach gibt es noch einen Trumpfstich. Du hast aber ja gerade die Dame geopfert, damit du jetzt schön rausnehmen kannst, in diesem Fall zumindest, und mit der 7 einfach wieder vom Stich kommst. Und ja, unabhängig, ob jetzt hier der Pik König fällt oder ob da sogar das Pik Ass reinginge, ist es ganz egal, denn jetzt bist du da, wo du willst. Du kannst hier mit, kurz vor Schluss, jetzt mit dem König stechen. Gegner stehen erst auf 36. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn ich jetzt mit dem König steche, hätte ich doch vorher auch schon mit dem stechen können. Ja, dann hätten die Gegner aber anders gespielt. Dann wäre zwischendrin nicht das Karo Ass gekommen. Und dann hätten sie vorher die Chance gehabt, schon gegen deine Trumpf 9 noch einen Stich zu machen. In dieser Linie quasi stichst du jetzt mit einem König, spielst einmal Trumpf und da raus. Gegner kommen auf 57 und du hast die von Anfang an beschworene Trumpfgabe gegen die vier Trümpfe. Hast also quasi ihre Stärke gegen sie verwendet und gewinnst das Spiel hier mit 63. 63, ja, und das ist doch einigermaßen erstaunlich, dass du eine Hand, die in Mittelhand doch in der Beik hatte, so schwach ist jetzt gegen vier Trumpf, gegen Karo zu dritt und gegen die Eröffnung mit der Pik Lusche gewinnst. Wobei sich eben, und das sehen wir gleich auch in der Analyse rausstellt, nur durch die Pik 7 konntest du das Spiel überhaupt gewinnen. So, wenn ihr eben nicht sofort darauf gekommen seid, wenn ihr es schon zehnmal versucht habt oder auch direkt die Lösung haben wollt oder auch gucken wollt, was ist noch in der Partie drin, dann könnt ihr in die Analyse gehen. Aus dem Rätsel heraus könnt ihr das aus diesem Screen machen, indem ihr Spielverlauf klickt. Da ist die ganze Verteilung und wenn ihr jetzt ein bisschen runterscrollt, dann bekommt ihr den Button Spiel analysieren. Das macht nichts anderes, als die Analysefunktion aufzurufen und direkt die komplette Verteilung zu übernehmen. So, was kann jetzt diese Analyse? Erstmal, es werden komplett die Karten verteilt und es steht nur Starte, das heißt, noch ist nicht viel los. Und man sieht hier in dem Sinne auch schon so ein bisschen die Einschränkung, ich muss wirklich 32 Karten verteilen. Das heißt, ich kann nicht nur aufgrund meiner eigenen Hand hier Tipps für die beste Fortsetzung bekommen. Aber dafür ist die Analyse ja auch nicht gebaut. Die ist gedacht, um wirklich gegen eine ganz konkrete Verteilung alles optimal auszurechnen. Und das geht so. Wir starten die Analyse. Und erste Info, du gewinnst Karo, Reize bis 27. Das ist ein Stück weit vielleicht überraschend. Vorhand hat in der vorliegenden Verteilung auch ein Gewinnspiel in der Hand, ein Null. Aber das weiß er mit verdeckten Karten natürlich nicht, also wird gepasst. Hinterhand hat vier Asse tatsächlich. Es gibt sicher Spieler, die damit auch ein bisschen reizen würden. Aber da er keine einzige 10 hat, keinen Buben hat und Mittelhand schon 18 gesagt hat, ist es sicher auch normal, dass er damit passt. Auch wenn er in der vorliegenden Verteilung Herz, Karo oder Gang gewinnen würde. So, dann sind wir am Spiel. Empfehlung, nehmen den Skat auf. So, wir finden diesen Rotz, drücken die 20 Augen, Pik 10 und Kreuz 10. Und die Analyse empfiehlt jetzt hier eben den Karo, weil sie ausrechnet, dass das Spiel gegen die Verteilung immer gewonnen ist. Mit verdeckten Karten ist aber, denke ich, das Herzspiel schon ein wenig stärker, weil da ja die Fantasie ist, beide Trumpf wollen mit den Bauern einzusammeln. Also, am Tisch wirst du Herz ansagen. Und jetzt stellt sich raus, oh, bei aufgedeckten Karten und optimalem Spiel gewinnt die Gegenpartei mit 69 Augen. Das heißt, du hast eigentlich keine Chance, das Spiel zu gewinnen. Optimale Karte wäre Karo König. So, jetzt die Frage, warum spielt denn in dem Rätsel nicht Vorhand Karo König aus? Ja, weil es natürlich ein Rätsel ist, was einer echten Partie nachempfunden ist und weil es mit verdeckten Karten von Vorhand sicher eine ganz übliche Eröffnung ist, auf dem kurzen Weg eine lange Farbe zu spielen. Und nachdem am Tisch eben diese Pik 7 liegt, ist die Situation eine andere und wir sehen plötzlich, die Eröffnung hat krass das Spiel geändert. Du kannst jetzt mit 63 Augen gewinnen und das liegt eben wirklich nur daran, dass du jetzt auf das schon beschworene Gabelendspiel hinarbeiten kannst, indem du schon stichst. Engine empfiehlt also Herz 8 und Herz 9. Wenn wir Herz König nehmen, wie ich es ja euch gesagt hatte, dann steht die Partie schon nur noch auf 60. Den Herz König braucht ihr also zwingend noch in der Hand. Und wie das jetzt auf 60 ausginge, das könnt ihr jetzt eben hier nachspielen, indem ihr jetzt einfach auf diesem Weg weiterspielt. Können wir ja einfach mal machen, was wäre schon der Unterschied? Das Nächste ist schon, dass man jetzt mit Kreuz Dame fortsetzen sollte und nicht mehr mit Kreuz Buben. Wenn wir jetzt Kreuz Buben 10, also uns über die Empfehlung der Analyse jeweils hinwegsetzen, das ist ja genau das Schöne. Man muss ja nicht die Karten spielen, die die Analyse als die beste Karte einschätzt, das heißt die Karte, die zu den meisten Punkten führt gegen die konkrete Verteilung. Man kann ja auch sagen, ja, aber was ist, wenn ich diese Karte gespielt hätte und was würde dann passieren? Und da fächert sich diese ganze Breite, diese ganze Verteilungs- oder Verlaufsmöglichkeitsbaum auf und der ist unfassbar komplex. Und also ich kann genauso wenig wie ihr hoffentlich direkt sagen, warum jetzt der Kreuz Bube nur zu 57 Augen führt, während die Kreuz Dame zu 60 Augen führt. Aber um das rauszukriegen, könnt ihr hier eben diese Wege durchgehen und miteinander vergleichen. Tatsache ist, um das Rätsel zu lösen, gehen wir nochmal zurück, Pik 7 mit der Lusche stechen, danach dunklen Buben ziehen. Wie gesagt, Kreuz Bube wird euch auch mit verdeckten Karten den Hinweis geben, dass das Trumpfass blank ist. Und jetzt, was passiert jetzt, wenn ihr eben nicht Kreuz Dame spielt, sondern meinetwegen den nächsten Buben hinterher? Dann bekommen die anderen 68 Augen idealerweise. Ihr habt euch die komplette Kraft genommen. Was ist, wenn ihr jetzt Karo versucht, euch die 10 hochzuspielen? Ihr verliert mit 51 Augen, also es wird immer schlimmer. Was ist, wenn ihr Karo Dame spielt? Oder sagen wir mal sogar jetzt Karo 10, weil ihr wisst, der Karo König ist blank. Na ja, dann kriegt ihr immerhin 56 Augen. Aber so oder so, ihr verliert die Partie. Das wird euch hier alles vorgerechnet. Und ja, schon erstaunlich, was diese Maschine so hier in der Lage ist zu berechnen. Beziehungsweise nicht so erstaunlich, aber erstaunlich, wie viele interessante Wege hier in dieser Partie drinstecken. Wir können ja hier nochmal dieser einen Frage nachgehen, wo ihr jetzt zurecht fragen würdet. Und wieso würde, also ein Mensch würde doch jetzt nicht Karo Ass König spielen. Dieser Stich, der erstmal so günstig für euch aussieht, der ist ja nicht unbedingt menschlich. Denn der Spieler hat ja schon gesehen, Trümpfe stehen ein bisschen dagegen. Pik habt ihr gestochen. Wenn er Kreuz Ass rausnimmt, dann hat er ja an sich schon damit drauf spekuliert, dass ihr nur ein Kreuz hattet und die Karo ist in der Hand. Also warum würde er euch jetzt hier diese Karo 10 hochspielen? Ja, weil es eben eine Maschine ist, die alles weiß und die euch hier in dem Sinne noch eine Falle stellt. Denn ausgerechnet weiß die Maschine, Pik Dame, Kreuz 9, Kreuz König, ist es alles das Gleiche. Wir gewinnen sowieso nicht. Also selbst wenn jetzt hier so ein Stich wie Kreuz 9, Kreuz 7 lege, dann könntet ihr das Spiel immer noch gewinnen. Ihr dürftet jetzt hier wieder nicht abwerfen, das wäre dann wieder eine Falle in dem Sinne. Und müsstet hier eben mit der Kreuz Herz 9 stechen. Hier wäre der Herz König dann in diesem Verlauf, kommt es dann am Ende auf den Herz König an. Wenn ihr hier den Herz König stecht, wären es wieder nur 57 Augen für euch. Also ihr braucht genau für diesen möglichen Verlauf, braucht ihr noch den Herz König, stecht mit der 9 und geht jetzt wiederum mit der Karo Dame vom Stich. Also jetzt kann man schon sehen, die Motive sind da. Es geht nur im Zweifel darum, so ein bisschen die Stichreihenfolge zu tauschen. Ihr müsst die Karo 7 noch behalten. Hier ist es jetzt eben auch egal, ob der Spieler das Ass nimmt oder taucht. Aber falls ihr jetzt eben in diesem Verlauf jetzt den König nicht in der Hand hättet, dann würdet ihr am Ende jetzt einen Trumpfstich verlieren. Denn es ist tatsächlich jetzt für den Gegenspieler rechts schon die beste Option, mit euch Trumpf zu spielen. Und daran könnt ihr an sich schon sehen, dass ihr ihn wirklich schön ausmanövriert habt, dass er seine Stärke in Trumpf quasi hier schon freiwillig aufgeben muss, um überhaupt auf diese 57 Augen zu kommen. Wir können diesen Weg hier auch nochmal einmal zu Ende spielen, weil der ja noch ganz interessant ist. Gegner wirft jetzt hier Karo 8 ab. Ihr spielt jetzt dann Karo raus. Könntet sogar schon die Karo 10 aufgeben. Pik König rein. Und jetzt eben auch noch der Clou in dieser Linie wäre es ein interessantes Endspiel, dass ihr auf Pik Ass sogar nicht stechen dürftet. Denn dann bleibt ihr wieder kurz vorm Ziel stehen. Dann würdet ihr die Karo 10 mit der Herz 10 verlieren. Und noch ein Moment, erzähle ich jetzt Quatsch. Und wenn ihr stecht, nee, dann wären es eben 60 Augen, weil dann bei 36 liegen noch Karo 10, Kreuz König, Herz 10 fällt. Ihr müsstet hier eben tatsächlich auf das Pik Ass wirklich kalt wie Hundeschnauze noch die Karo 10 abwerfen auf 57 und hättet dann hier diese Gabel mit dem König gegen die Dame. Also so gesehen in dieser Rätselpartie, ich denke zu Recht ein Fünf-Sterne-Rätsel. Und so funktioniert die Analyse. Bevor ihr verzweifelt, könnt ihr euch damit die Antworten holen. Hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Hoffe, ihr habt ein tolles verlängertes Osterwochenende. Bleibt immer dran. Bleibt am Ball. Und dabei natürlich wie immer. Gut Blatt. Ja, wir sind noch ganz. Untertitelung des ZDF, 2020